Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag Blockchain Nachweise und Identitäten im Kontext der Self-Sorven Identity oder kurz SSI. Mein Name ist Ansgar Knipschild von MGM Technology Partners und ich möchte Ihnen heute die Ergebnisse einer Studie vorstellen, die im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium für Digitales erstellt wurde. Unter der Projektleitung des Bayerischen Landesamts für Steuern, zusammen mit dem Fraunhofer FIT, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und MGM Technology Partners. Bevor wir nun zum Thema digitale Identitäten gehen, würde ich gerne mit Ihnen den Begriff Identität einmal definieren, denn der Begriff ist doch relativ komplex und es gibt verschiedene Definitionsansätze, so zum Beispiel diesen hier, der eher etwas philosophisch angehaucht ist, Identität, die als selbst erlebte innere Einheit der Person oder ein eher juristischer Ansatz, Identität als die Echtheit einer Person oder Sache oder, und auf diese Definition würde ich mich gerne für heute für den Vortrag verständigen, Identität als die Gesamtheit aller Merkmale einer Person oder Sache. Wichtig ist hier die Gesamtheit aller Merkmale, das bedeutet, dass Identität nicht nur aus einem Merkmal besteht, sondern eben aus mehreren. Und wenn man sich heute im Alltag mal die Identitätsmerkmale anschaut, dann werden sie uns sehr häufig von Dritten gegeben. Als allererstes fällt uns da wahrscheinlich der Personalausweis ein, wo uns der Staat verschiedene Identitätsmerkmale mitgibt, unter anderem Namen, Geburtsort, Nationalität und Religionszugehörigkeit. Aber man kann genauso gut darüber Identitätsmerkmale von anderen Dritten nachdenken, zum Beispiel die Kreditreform oben links, die ein Merkmal für Unternehmen mitgibt, nämlich ihre Kreditwürdigkeit. Oder unten links der TÜV, der ein Zertifikat über eine ISO-Zertifizierung ausstellt und damit auch ein wichtiges Identitätsmerkmal ausgibt. Natürlich verschiedene Aspekte der Steuer, der Steuerbescheinigung und last but not least auch Aspekte aus dem Social-Media-Bereich, die insbesondere im privaten Bereich eine Rolle spielen und immer wichtigere Identitätsmerkmale für uns geworden sind. Identitätsmerkmale erlauben uns den Zugang zu Informationen, zu Diensten, zu anderen Unternehmen und da kommt es dann häufig auch zu Missbrauch beziehungsweise zu Fälschungen. Und ein sehr plakatives Beispiel aus den 60er-Jahren habe ich mal mitgebracht, verfilmt in dem Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio. Der Betrüger William Abagnane Jr., der als einer der jüngsten Hochstapler der Geschichte mit gefälschten Ausweisen und Schecks ein ganz eigenes Leben aufgebaut hat und vom Arzt bis hin zum Piloten alles auf Grundlage eben von gefälschten Identitäten auf die Beine gestellt hat. Und im digitalen Zeitalter, wo immer mehr über digitale Netzwerke, über das Internet abgebildet wird, stellt sich natürlich die Frage, wie bilden wir dort Identitätsmerkmale sicher und digital ab. Denn jeder von uns weiß, gerade digitale Daten kann man sehr einfach kopieren und manipulieren und dadurch wird es für Betrüger noch einfacher und auf der anderen Seite mit einer technisch stabilen und sicheren Lösung noch komplexer. Und das ist genau der Grund, warum wir uns in einem Forschungsprojekt das Thema angeschaut haben, Identitätsmerkmale, Bescheinigungen unter dem Titel Einsatz der Blockchain-Technologien der Steuerverwaltung, haben wir uns hier einen Lösungsansatz auf Blockchain angeschaut. Wir, das ist auf der einen Seite das Bayerische Staatsministerium für Digitales als Auftraggeber dieser Studie, dann das Bayerische Innovationsnetzwerk Steuer beim Bayerischen Landesamt für Steuern in der Projektleitung. Wir haben das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, das vor allem die fachliche Konzeption und Evaluation, die wissenschaftliche Begleitung, verantwortet hat, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für die rechtliche Beurteilung mit Fokus Datenschutz und MGM Technology Partners als technischer Partner, der die technische Umsetzung auch des Prototypen mitverantwortet hat. Wir haben uns dem Thema über einen fachlichen Use Case genähert und zwar geht es um die steuerliche Erfassung von Marktplatzhändlern an elektronischen Marktplätzen. Und zwar ist es so, dass seit 2019 die Marktplatzbetreiber dazu verpflichtet sind, Nachweise für die korrekte steuerliche Erfassung der Händler, die auf ihren Marktplätzen registriert sind, vorzuhalten. Im Zweifelsfall haften sie für steuerliche Ausfälle, sollte die steuerliche Erfassung der Händler nicht korrekt erfolgt sein bzw. nachgewiesen sein. Das bedeutet, dass das Finanzamt an den Händler eine entsprechende Bescheinigung übermittelt. Wir haben sie hier mal verkürzt über eine einfache Nummer, die 4711 dargestellt. Und der Händler muss diese nun eben dem Marktplatz gegenüber nachweisen, damit dieser seiner Nachweispflicht entsprechend nachkommen kann. Und wie kann man das digital abbilden? Da gibt es mehrere Ansätze. Die erste, recht naheliegende, ist die manuelle Übertragung dieser Bescheinigung oder dieser Nummer. Die Nummer landet als Papierbescheinigung beim Händler. Und der Händler lockt sich nun beim ersten Marktplatz ein und gibt dort seine Daten ein und auch die entsprechende Bescheinigung über die steuerliche Erfassung, hier zum Beispiel die 4711. Die Daten werden an den Marktplatz übertragen und damit ist der Prozess beendet. Das Ganze hat aber einen Nachteil aus Händlerperspektive. Er muss diesen Vorgang nämlich für jeden weiteren Marktplatz noch einmal wiederholen. Das bedeutet, beim zweiten elektronischen Marktplatz muss er wiederum ein Formular aufrufen, muss wiederum seine Daten eingeben und auch natürlich die entsprechende steuerliche Bescheinigung nachweisen, tippt wieder seine Nummer 4711 ein, übermittelt sie an den Marktplatz und muss dies im Zweifelsfall für jeden weiteren Marktplatz nochmal tun. Der Marktplatz auf der anderen Seite hat das Problem, dass er im Zweifelsfall für jeden einzelnen Fall nachprüfen muss, ob a, der Händler wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt und b, der steuerliche Nachweis, die Nummer auch wirklich eine korrekte Nummer ist, die diesem Händler zugewiesen ist und eben nicht eine fiktive oder gar gefälschte Nummer. Und er muss es vielleicht nicht für jeden tun, aber im Zweifelsfall mit Stichproben tun und das natürlich sehr aufwendig, zumal das jeder Marktplatzbetreiber einzeln immer wieder für jeden einzelnen Händler wiederholen muss. Daher Idee Nummer 2, man schaltet einen Identitätsprovider ein, der diesen Vorgang nur einmal durchführt, also die elektronische Erfassung von den Händlerdaten und der steuerlichen Bescheinigung, um sie danach, wenn sie einmal zertifiziert ist, dann an die entsprechenden Marktplätze weiter zu betreiben. Das bedeutet, das Finanzamt übermittelt wieder den Beleg, der Händler überträgt seine Daten in diesem Fall an den Identitätsprovider, gibt den Händlernamen ein, gibt wieder die 4711 als verkürzte Darstellung hier der steuerlichen Erfassung und Bescheinigung ein und in diesem Fall überprüft jetzt der Identitätsprovider die Korrektheit der Daten, Händleridentität und auch korrekte Zuweisung des steuerlichen Nachweises, im Zweifelsfall per Nachfrage hier bei der Behörde und versieht das Ganze dann eben mit einem elektronischen Stempel oder Zertifikat und danach kann dieser Nachweis, dieser entsprechende Bescheid, die Bescheinigung an den Marktplatz digital übermittelt werden. Und das Ganze kann natürlich dann auch an weitere Marktplätze übertragen werden. Der Vorteil der Lösung ist, dass hier die Prüfung und Digitalisierung nur einmal stattfinden muss und danach an beliebig viele Marktplätze oder andere Dritte weitergegeben werden kann. Es gibt also mindestens zwei Fragestellungen, nämlich einmal das Thema Überprüfung von Echtheit. Wie kann sichergestellt werden, dass die übermittelten Daten vom Händler, Name, Identität und auf der anderen Seite der steuerlichen Nachweise wirklich korrekt sind? Und zweitens das Thema Transparenz, insbesondere wenn man auf Dritte zurückgreift, auf Intermediäre, wie in diesem Fall den Identitätsprovider in der Mitte. Hier stellt sich die Frage der Transparenz. Welche Daten werden bei der Übermittlung an die Marktplätze wirklich übertragen? Es ist nur die steuerliche Bescheinigung. Sind es andere Daten, Metadaten? Tracked oder lockt dieser Identitätsprovider womöglich jede Transaktion mit, wenn also eine Bescheinigung weitervermittelt wird, um darüber Profile, die für die Werbewirtschaft interessant sind oder für das Userverhalten interessant sind. Das sind wichtige Themen der Transparenz, die nicht nur für den Händler, sondern für alle Beteiligten auch wichtig sind. Und das führt zur dritten Idee, zur Idee der sogenannten digitalen Souveränität, der eigenen digitalen beglaubigten Kopie. Die bedeutet, dass der Händler eine eigene eigenständige, beglaubigte Kopie erhält, die er digital über einen Nachweis in der Blockchain validieren kann und an Dritte weiterreichen kann. Und auch diese haben die Möglichkeit, über Blockchain-Technologie die Echtheit dieses Nachweises zu überprüfen. Die Blockchain dient dir also als Datenbank, die entsprechende Zertifikate oder Bescheinigungen bereithält und eine neutrale Position einnimmt bei der Verifizierung der Echtheit der entsprechenden Daten. Wie sieht das konkret aus? Spielen wir es noch einmal durch. In diesem Fall stellt das ELSTER-Steuer-Online-Portal eine elektronische Bescheinigung aus und wichtig ist, dass parallel zu der individuellen Bescheinigung für diesen Händler hier auch ein entsprechender Vermerk in der Blockchain vorgehalten wird und mit der Bescheinigung verknüpft wird. Und die Kombination dieser beiden Datensätze, auf der einen Seite der eigentliche Datensatz der Steuerbescheinigung beim Händler und eine Verknüpfung zu einem Public Key bzw. zu einem Hash in der Blockchain, diese Kombination dient dazu, die Echtheit und die korrekte Zuweisung der Bescheinigung jederzeit nachprüfen zu können. Wenn dies der Fall ist, kann der Händler die so digital verknüpfte Bescheinigung an den ersten Marktplatz weiterreichen und der Marktplatz kann nun die so übermittelten Daten jederzeit nachprüfen, indem er in der Blockchain nachschaut, ob sie dem korrekten Händler zugewiesen ist und ob auch die eigentliche Bescheinigung, in diesem Fall korrekte steuerliche Erfassung, immer noch gültig ist. Das entsprechende lässt sich natürlich auch für jeden weiteren Marktplatz sehr einfach fortführen. Und auch dieser kann jederzeit in der Blockchain nachschauen, ob die Daten korrekt sind. Halten wir fest, es ist eine direkte Kommunikation zwischen Händler und Marktplatz. Hier ist kein Identitätsprovider oder Intermediär in der Mitte. Und das Ganze ist so designt, dass die Daten ausschließlich beim Händler vorliegen und die Blockchain nur Prüfsummen bzw. Public Keys vorhält, die die Echtheit der Daten, die beim Händler liegen, sicherstellen. Und auf diese Art und Weise hat man ein sehr gutes System, das nicht nur für Marktplätze interessant ist, sondern im Zweifelsfall auch für weitere Behörden, die diese entsprechenden Bescheinigungen entgegennehmen können und auf der anderen Seite weitere Bescheinigungen ausstellen können und somit ein Netzwerk aufbauen können, wo verschiedenste Parteien Bescheinigungen austauschen können. Alle dezentral und immer von Punkt zu Punkt. Das kann Kommunen betreffen, Meldeämter, Handelskammern oder Handelsregister, die ganz individuelle Bescheinigungen ausstellen können. Das können einzelne Ziffern oder Nummern sein, das können Dokumente, PDFs sein, Datensätze wie XML-Dateien. Und diese können mit den entsprechenden Keys oder Prüfsumpf in der Blockchain versehen werden, sodass Dritte, die die Bescheinigung einsehen wollen, jederzeit Echtheit und Gültigkeit nachprüfen können. Und dann sind wir beim Kern des Vortrags angelangt, nämlich der sogenannten Self-Several Identity per Blockchain, abgekürzt SSI. Das ist genau dieses Prinzip, das drei Aspekte vereint, nämlich einmal den Aspekt der lokalen Datenhaltung. Nur der Händler hat die eigentlichen Daten, die sogenannten Netto-Daten. Dann das Prinzip der anonymen Proofs. Das bedeutet, dass bei der Übermittlung der Nachweise die Daten ausschließlich zwischen Händler und dem entsprechenden Partner auf der anderen Seite ausgetauscht werden, auch anonymisiert werden können. Anonymisiert im Sinne von, dass zum Beispiel bei der Übermittlung der Firmengründung nicht das absolute Jahr angegeben wird, sondern zum Beispiel nur eine Jahresrange. Also zum Beispiel ist älter als zehn Jahre. Hier sind verschiedenste Use Cases denkbar, dass also nicht die absoluten Daten übermittelt werden, sondern nur, ob ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist. Und drittens der Peer-to-Peer-Aspekt, also der direkte Datenaustausch zwischen den entsprechenden Parteien, die ausstellende Behörde, in unserem Beispiel das Elstersteuer-Online-Portal, bekommt beim Vorzeigen des Nachweises, wenn der Händler dies also gegenüber dem Marktplatz nachweist, überhaupt nichts mit. Und auch dies ist eine Analogie zur analogen Welt. Wenn wir ein Ausweisdokument oder eine Bescheinigung oder eine Urkunde gegenüber Dritten nachweisen, bekommt der Aussteller der Urkunde ja auch nicht zu diesem Zeitpunkt mit, dass wir hier einen entsprechenden Nachweis gerade am Dritten gegenüber zeigen. Dieses Netzwerk kann man jetzt noch weiterdenken. Wir waren bis jetzt in der Behördenwelt. Wenn wir jetzt mal in die Wirtschaft gehen und uns weitere Partner anschauen, wie zum Beispiel Lieferanten, Leasingpartner, Händler, Vermieter, die auch entsprechend immer wieder mit Bescheinigungen arbeiten müssen, mit Verträgen, dann kann man sich vorstellen, dass hier ganze Ökosysteme oder Netzwerke entstehen von verschiedensten Blockchains. Es muss nicht zwingend eine Blockchain sein, es können verschiedene sein, die verschiedene Partner in diesen Netzwerken betreiben und dann auch untereinander agieren können und entsprechend in den einzelnen Use Cases die Bescheinigungen austauschen können. Wie gesagt, es können viele Blockchains sein, die aber in einer Bullet zusammengefasst werden. Bullet ist hier der Fachbegriff für den digitalen Ordner sozusagen, den der Benutzer vorhält, indem er seine beglaubigten Kopien speichert, die eine Verknüpfung zur Blockchain haben, um dort eben überprüfen zu können, wer die Bescheinigung ausgestellt hat bzw. ob diese Bescheinigung auch noch gültig ist. Diesen digitalen Ordner zu Hause, den jeder von uns in Papierform kennt, wo wir zum Beispiel Urkunden, Zeugnisse, wichtige Dokumente vorhalten, hat hier sein digitales Pendant gefunden. Es sind also selbstverwaltete, beglaubigte Kopien, fälschungssicher und ohne dass zentrale Dienste benötigt werden, wenn die entsprechenden Bescheinigungen vorgezeigt werden. Von daher also wirklich auch ein Fortschritt gegenüber der analogen Welt in puncto Fälschungssicherheit und in puncto schneller Übermittlung der Daten gegenüber Dritten. Nach diesem theoretischen Überblick möchte ich nun in die Praxis gehen und Ihnen ein Beispiel unseres Prototypen zeigen, wie das Ganze technisch funktioniert. Wir starten mit dem ersten Schritt nämlich, dass der Händler eine beglaubigte Kopie beim Elster-Steuer-Online-Portal anfragt und dann eben sein sogenanntes Tax Credential, also die Bescheinigung über seine korrekte steuerliche Erfassung erhält. Auf der linken Seite sehen wir das Elster-Online-Portal, auf der rechten Seite die SSI-Identity-Wallet. In diesem Fall haben wir eine mobile Version gewählt, ist aber genauso gut auch denkbar, dass das hier eine Browser-Applikation ist. Ich denke, die mobile Version zeigt hier sehr plakativ die Entkopplung der beiden Welten auf der einen Seite, also das Elster-Portal, auf der anderen Seite die Wallet, die erstmal auch technisch nichts miteinander zu tun haben. Der Händler wählt nun im Elster-Online-Portal den Menüpunkt aus, dass er ein Tax Credential beantragen möchte, also gerne eine steuerliche Bescheinigung in seine Wallet übertragen möchte. Und im ersten Schritt muss dazu eine Verbindung zwischen den beiden Systemen aufgebaut werden, die sich eben bis jetzt noch überhaupt gar nicht kennen. Dazu zeigt das Elster-Steuer-Online-Portal einen QR-Code, letztendlich eine URL, eine Adresse, die in der Wallet gescannt werden kann, aufgelöst werden kann. Alternativ könnte man sie auch eintippen. Für nichts anderes steht dieser QR-Code, aber der ist natürlich von der Usability her wesentlich einfacher. Und wenn man das Ganze hier entsprechend macht, dann meldet sich die Wallet mit dem Hinweis, ob eine Verbindung zwischen Wallet und dem Elster-Steuer-Online-Portal aufgebaut werden soll. Wenn man dies bestätigt, in der direkten Kommunikation zwischen Elster und dem Händler-Wallet, können die nächsten Schritte durchgeführt werden. Elster wäre, der als erster Schritt der Identitätsnachweis, nämlich dass Elster, bevor das Credential des Steuernachweises übermittelt wird, noch einmal nachfragt, mit welcher Identität hier der Händler unterwegs ist. Das heißt, er wird gefragt nach dem Beispiel, nach First-Name, Last-Name und Company-Name, wie Sie rechts in der Wallet sehen. Das heißt, erst wenn der Identitätsnachweis gegeben ist, überträgt Elster im Gegenzug die Steuerbescheinigung. Wir gehen davon aus, jetzt in diesem verkürzten Beispiel, dass ein entsprechender Identitätsnachweis ebenfalls als digitale Bescheinigung schon in der Wallet vorhanden ist. Der Händler bestätigt dies, sendet also seinen Identitätsnachweis an Elster und bekommt im Gegenzug das Tax Credential, die Bescheinigung also über seine korrekte steuerliche Erfassung, zum Beispiel repräsentiert über eine Nummer, wie wir sie hier rechts sehen, und über ein Gültigkeitsdatum. Noch einmal wichtig für den Hinterkopf, wir sehen hier immer eine direkte Kommunikation zwischen Elster und dem Händler-Wallet. Dabei werden parallel, wie eben in dem theoretischen Teil dargestellt, entsprechende Public Keys und Prüfsummen in der Blockchain hinterlegt. Kommen wir nun zum spannenderen, zweiten Teil, nämlich, dass der Händler dieses Tax Credential als beglaubigte Kopie beim Marktplatz nachweist. Vom Aufbau her haben wir ein fast identisches Szenario. Wir haben links in diesem Fall den Marktplatz, rechts wieder unsere Wallet. Wir sehen dort zwei Bescheinigungen. Einmal die Identitätsbescheinigung, die wir schon auch beim ersten Step kennengelernt haben, und die neu ausgestellte Steuerbescheinigung, mein Elster Tax. Und auch hier ist es so, dass im ersten Schritt der Händler erst einmal eine Verbindung aufbauen muss zwischen Marktplatz und Wallet, die sich auch in diesem Fall erstmal noch gar nicht kennen. Das Ganze erfolgt hier aus einfachen Usability-Gründen wieder per QR-Code. Die Wallet fragt, ob diese Verbindung von dem Marktplatz Global Trade auch wirklich angenommen werden soll. Es wird eine direkte Verbindung zwischen Marktplatz und Händler-Wallet aufgebaut. Und wenn das funktioniert hat, dann kommt eine Proof-Anfrage von dem Marktplatz. Proof-Anfrage bedeutet, dass der Marktplatz also jetzt anfordert, bitte zeig mir deinen steuerlichen Nachweis vor. Der steuerliche Nachweis wird aus der Wallet aufgerufen und bevor sie an den Marktplatz übertragen werden, sieht der Händler noch einmal alle Daten, die jetzt an den Marktplatz übertragen werden. Wir sehen das auf der rechten Seite. First Name, Last Name, Company Name. Und dann auch die entsprechenden steuerlichen Details. In diesem Fall also eine Zusammensetzung sogar von zwei Bescheinigungen. Auf der einen Seite der Identitätsnachweis und auf der anderen Seite die steuerlichen Bescheinigungsdetails. Und der Händler kann, je nach Prozessdesign, hier sogar einzelne Felder ausblenden, wenn er nicht möchte, dass alles übertragen wird. Aber in diesem Fall sind die Felder fest vorgegeben. Und mit Klick auf Senden werden jetzt die Daten auf den Marktplatz übertragen. Und der kann jetzt wiederum in der Blockchain im Hintergrund nachschauen, ob A, die Identität korrekt ist und B, die ausstellende Behörde hier inzwischen nicht die Gültigkeit widerrufen hat oder anders ausgedrückt, also dieser Nachweis immer noch gültig ist. Und wenn das Ganze funktioniert, stellt er wiederum dem Händler eine Bescheinigung aus, dass er hier seine Bescheinigung vorgewiesen hat. Kommen wir zurück zur Studie. Die Studie, die also auf der einen Seite gezeigt hat, dass das Ganze technisch machbar ist, auch anhand des Prototypen, hat auch ausführlich dargelegt, dass ein solches System wirtschaftlich und organisatorisch sehr gut betrieben werden kann. Technologie ist vorhanden, auch eine ausgereifte Technologie. Es gibt verschiedene Anbieter am Markt, stark Open Source getrieben, die hier entsprechende Frameworks zur Verfügung stellen, sowohl vom Blockchain-Betrieb her als auch von den Wallets her, also sprich den für den Endkunden nutzbaren Speichermöglichkeiten für die entsprechenden Bescheinigungen. Organisatorisch, wie sieht die Governance von solchen Blockchains aus, wer darf wann welche Daten dort ablegen, also insbesondere sogenannte Schemata, also die Definitionen, wie solche Bescheinigungen inhaltlich strukturiert sind. Auch das ist heute schon über entsprechende technische Tools sehr gut machbar. Und auch juristisch haben wir hier zumindest schon mal einen gelben Haken drangesetzt. Wir haben also geprüft, inwieweit der Datenschutz gewährleistet ist und können vielleicht noch unter einem gewissen Vorbehalt, die letzte juristische Prüfung steht hier noch auch, sagen, dass Daten extrem sparsam eingesetzt werden, insbesondere auf der Blockchain, der Datenbank, werden keine personenbezogenen Daten unserer Auffassung nach gespeichert. Es werden nur Prüfsummen und sogenannte Public Keys hinterlegt, eben nicht die Netto-Daten, sodass wir denken, dass das Ganze auch vom rechtlichen, vom datenschutztechnischen Aspekt her sehr gut ist. Wie gesagt, hier steht noch eine letztendliche abschließende Prüfung aus. Aber hier sind wir sehr optimistisch, dass auch dies hier positiv entsprechend beschieden wird. Wir sehen das Ganze positiv, da auch viele andere Projekte im Hintergrund sich mit dem Thema SSI beschäftigen. Drei seien einmal hier stellvertretend genannt. Zum Beispiel auf der EU-Ebene das Projekt ESIF, European Self-Sovereign Identity Framework, eine EU-weite öffentliche Blockchain-Infrastruktur und das Ziel verfolgt, bis 2022 für jeden EU-Bürger eine Blockchain-Identität bereitzustellen. Dann das Sovereign Netzwerk, eine öffentlich verfügbare Blockchain, die auch schon seit einigen Jahren im Einsatz ist, von unter anderem IBM, T-Systems, Cisco und vielen anderen Playern betrieben wird. Eine Non-Profit-Organisation, die hier auch beliebigen Teilnehmern die Infrastruktur und Tools zur Verfügung stellen, um Bescheinigungen oder Identitätsmerkmale auf der Blockchain bereitzustellen bzw. auszutauschen. Und als drittes Beispiel ein recht junges Projekt, ID Union, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine bundesweite Identitäts-Wallet und ein Blockchain-Netzwerk bereitzustellen. Hier als marktgebliche Player die Commerzbank, Bahn Kreditreform, um mal drei zu nennen, und 15 andere. Ein stetig wachsendes Netzwerk, das auch mit einer starken Dynamik wächst, denn der Rollout, der operative Betrieb ist schon für 2021 geplant. Schauen wir in die Zukunft. Weitere Use Cases, gerade im behördlichen Umfeld, aber ich denke auch im wirtschaftlichen Umfeld, fallen einem sofort Dutzende von Bescheinigungen, Verträgen, Dokumenten ein, die elektronisch ausgetauscht deutlich effizienter funktionieren würden. Stichwort Gewerbeanmeldungen, Bescheinigungen in Steuersachen, Stichwort Banken, Nichtveranlagungsbescheinigungen. Man kann über BAföG-Anträge nachdenken, wo die Entgeltnachweise digital abgebildet werden können, genauso bei Kindertageseinrichtungen oder Kindergärten, wo die Entgeltnachweise für Elternbeiträge jetzt elektronisch nachgewiesen werden könnten. Aber auch Förderanträge oder das Unternehmenskonto, wo man Kammerzugehörigkeit, zum Beispiel für Berufsgruppen wie Architekten, elektronisch abbilden kann, Gründungszuschüsse, Forschungszulagen, Denkmalschutz. Also hier fällt eigentlich jedem sofort eine Menge an Use Cases ein, sowohl im privaten als auch im Unternehmenskontext, die durch elektronische Bescheinigungen sicherlich deutlich effizienter und schneller abgebildet werden können und wo jede weitere Bescheinigung in diesem Netzwerk das gesamte Netzwerk attraktiver machen. Last but not least möchte ich mich noch einmal bei allen Projektbeteiligten ausdrücklich bedanken. Zuallererst beim Bayerischen Staatsministerium für Digitales als Auftraggeber, aber auch beim Bayerischen Innovationsnetzwerk Steuer, beim Bayerischen Landesamt für Steuern als Projektleiter der Initiative, beim Fraunhofer FIT, bei der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und meinen Kollegen von MGM Technology Partners. Vielen Dank für die Zusammenarbeit hier in dieser Studie und diesem prototypischen technischen Projekt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich das ein oder andere an neuen Erkenntnissen zum Thema Self-Soreign Identity habe beitragen können und freue mich, Sie demnächst bei einem weiteren Vortrag wiederzusehen. Bis demnächst. Tschüss!